Ich glaube, es ist ein tolles Zeichen von beiden Seiten aus, dass wir uns einigen konnten auf so einen langen Vertrag. Ich bin froh, dass es jetzt auch nach ein paar Wochen hin und her auch geklappt hat. Es ging, glaube ich, wesentlich schneller als letztes Jahr und auch früher, aber es ist trotzdem nicht so einfach. Wir haben letztes Jahr ein super und erfolgreichstes Jahr hier gehabt und es hat sicherlich auch eine große Rolle gespielt in meiner Entscheidung. Wenn man sieht, und das habe ich letztes Jahr schon gesagt, wie sich die Eintracht weiterentwickelt hat, früher war es eigentlich ein grauer Verein, der immer irgendwo im Mittelfeld in der Bundesliga sich platziert hat. Mittlerweile ist es ein Verein, der um die ersten sechs Plätze mitspielen kann, der wirklich immer für eine Überraschung gut ist. Es waren sehr, sehr viele Dinge, die offen waren. Trotzdem waren wir hier immer in engem Austausch und in engem Kontakt, sodass ich eigentlich immer das Gefühl hatte, dass es klappen kann. Die Mannschaft hat sich sehr verstärkt auch. Ob jetzt noch was passiert auf dem Transfermarkt oder nicht, weiß ich nicht. Das ist Freddys Aufgabe und der Trainer seine Aufgabe. Aber ich glaube, dass die Mannschaft sich trotzdem grundsätzlich verstärkt hat und auch in der Lage ist, die Saison, die wir letztes Jahr gespielt haben, zu toppen.